fünf dinge die mich an helene hegemann stören erstens ihr neues buch ist gut mal wieder verdammt gut einfach schon des tones wegen aber nur eineinhalb stunden lang egal wie langsam man liest nur eineinhalb stunden neues in diesem unvergleichlichen ton der aus jedem satz ein treffer macht kostprobe mit 13 im herbst 2005 tanze ich zu diesem cover eine offenbar üble version von because of the night bei einer westdeutschen meisterschaft ich gebe zu dass mir das lied nie gefallen hat trotzdem gewinnen wir großer erfolg der größte meines bisherigen lebens das meint sie wohl ernst größer als jeder erfolg als schriftstellerin wahrscheinlich gemessen in euphorie einheiten nur wenige zeilen darauf heißt es sechs stunden später stirbt meine mutter an einer gehirnblutung zweitens sie schreibt nur des geldes wegen hat sie selbst gesagt beziehungsweise umgekehrt als ich geld hatte habe ich zwei jahre lang gar nichts mehr geschrieben das bedeutet wenn sie ein gutes buch schreibt hat sie erfolg und entsprechend länger muss man auf das nächste buch warten wir sollten uns wehren also bitte möglichst die bücher gebraucht kaufen und gegenseitig ausleihen drittens sie ist jung immer noch keine 30 die chancen ihr ganzes lebenswerk kennenzulernen stehen für mich nicht gut es sei denn ein ereignis würde eintreten das ich ihr nun wirklich nicht wünsche und auch nicht helfen würde wenn man möglichst viel von ihr lesen wollte viertens entschuldigt den schnee von gestern ihre plagiate in axolotl roadkill ich habe einmal im netz eine gegenüberstellung aller inkriminierten stellen im roman und den entsprechenden originalen gefunden und mit größtem vergnügen studiert jede einzelne textstelle veränderte sie genau so dass sie den entscheidenden pfiff bekam ich finde die aufstellung aber nicht wieder stattdessen finde ich nur noch die eine kolumne von martenstein wo er wenige sprachlich drastische stellen vergleicht offenbar aber nur in der absicht hegemann sarkastisch zu loben also hat einer zufällig noch die komplette gegenüberstellung fünftens ich finde mein exemplar von bungalow nicht mehr